Der Kinocast Hallihallo, hier zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und ich bin der Erik. Ich begrüße euch alle da draußen an den Empfangsgeräten zur neuen Kinocast-Folge. Heute mal eine kleinere Runde und wahrscheinlich auch eine etwas kürzere Episode, wenn ich so unsere Liste sehe. Decay hat zwar einiges geschaut, aber dies habe ich nicht dabei. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine Sneak Preview vorzuweisen, die in den Innenstadtkinos Stuttgart lief. Nämlich der Film Inside mit William Dafoe, mit dem Green Goblin. Und ich habe mir auch noch einen Film angeschaut, nämlich Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ah, endlich. Den hatten wir ein paar Mal bei irgendwelchen Charts und war der lange vertreten. Und ich habe dann immer gedacht, ja prinzipiell so vom Trailer her hat er mir da gefallen. Ich hatte so ein bisschen auf eine Sneak gehofft, kam aber nicht. Naja, wie er mir gefallen hat, dazu später mehr. Und wir sprechen natürlich jetzt über den Neustart von Mandalorian. Ja. Wir haben bestimmt Spoiler-Tag machen. Okay. Okay, Inside. Inside. Wer ist denn Inside? William Dafoe, alias Nemo. Nemo ist Inside. Der ist ein Einbrecher mit gewissen Kenntnissen der Kunst. Er kennt sich mit Kunstwerken gut aus. Er hat auch so eine kleine Backstory, die am Anfang erzählt wird, quasi bevor der Film beginnt. Was würde er denn retten, wenn das Haus brennt? Der würde er zum Beispiel sein Notizbuch mit seinen Zeichnungen retten und so, weil er selber sehr affin ist mit Kunst. Und dieser Einbrecher, der hat sich auf Kunstwerke spezialisiert und macht halt so Auftragsdiebstähle. Und er bekommt den Auftrag in so eine ganz teure, ich denke mal New Yorker, Loft, also wie so ein Haus, so ein Penthouse ist es nicht. Aber so ein, wie so ein mehrstöckige, oder, nee, nicht mehrstöckig, nicht, aber so mit riesenhohen Räumen ganz oben im Wolkenkratzer, irgend so ein ganz teures Ding. Und da hängen ganz viele Kunstwerke auch und da stehen auch ganz viele Sachen und alles sieht an wie, fass mich nicht an, ich bin Kunst oder so. Also da steht zum Beispiel ein Schachspiel mit so Glasfiguren und da, denn die Kamera, die fährt am Anfang durch diese Wohnung durch. Und man sieht das alles so, was da so rumsteht und alles auch nur Top-Notch, also alles vom Teuersten und die Küche und alles, ne. Und da bricht er dann ein. Das geht dadurch, dass er hat jemanden, mit dem er über Funk verbunden ist, so ein Funkgerät. Und der ist so ein Hacker, der knackt ihm quasi das Schloss aus der Ferne, dass er reinkommt. Und er kommt dann da rein, soll ein bestimmtes Kunstwerk stehlen, was er aber nicht gleich findet. Dann nimmt er erstmal ein anderes mit, weil er sagt, okay, das ist auch viel wert, wenn ich jetzt das Ding nicht finde, hier in der Schnelle der Zeit, in der Kürze der Zeit, was jetzt hier die drei Millionen wert ist, dann nehme ich das mit, das ist auf jeden Fall auch viel wert. Und, ja, will wieder raus, kontaktiert den anderen über Funk, sagt hier, ja, ich bin fertig, ich mache auf. Und, ja, der startet quasi diese Öffnungssequenz der Tür, das ist auch so ein Smart, also hängt so ein Tablet neben der Tür und so. Und das startet dieser Mechanismus und plötzlich, wie man es manchmal so kennt, da bricht irgendwas ab und da sieht man nur noch so Glitches auf diesem Bildschirm. Und, ja, Tür geht nicht auf. So, dumm nur, die Tür, das ist eine schwere Stahltür, die aber natürlich holzverkleidet ist mit so ganz modernen Ornamenten und sowas, innen und außen und die auch wirklich mehr oder weniger schalldicht ist und die ganze Wohnung ist auch. Und er kann auch nicht zum Fenster, das sind natürlich alles, ja, Panzerglas-Scheiben in der Höhe, dass da niemand irgendwie aus Versehen vielleicht mit dem Stuhl kippelt und gegen das Fenster fällt und dann hier aus dem, was weiß ich, 20. Stock da nach unten segelt, das ist alles Panzerglas. Und so entwickelt sich dann schon nach kurzer Zeit diese, ja, dieser Film zu einer Art Survival-Drama, ja, vielleicht kannst du es auch irgendwie nachvollziehen. Also es geht dann halt mehr oder weniger darum, wie, was findet er, was er irgendwie nutzen kann, welche Werkzeuge gibt es, dann auch dieses typische Nahrung finden, ja, zum Überleben. Oh Gott, wie lange ist der da eingesperrt? Ja, schon, also wenn du erstmal eingesperrt bist, dann, ja, am Anfang guckst du erstmal in den Kühlschrank und versuchst dich da zu ernähren, aber der Besitzer der Wohnung, der ist für mehrere Wochen weggefahren, deswegen haben sie die Zeit auch genutzt, um da diesen Einbruch machen zu wollen und der hat natürlich auch nicht viel zurückgelassen im Kühlschrank und nachdem das alle ist, er hat dann natürlich auch ein Problem mit Wasser, also, ähm, weil das Wasser ist abgestellt in der Wohnung während der Abwesenheit, damit da nichts passiert, ähm, ja, und so wird es halt wirklich zu einem Survival, also das hätte, also alle Mechanismen, die in diesem Film greifen, hätten eigentlich bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel genauso gegriffen wie hier, plus, dass er halt hier quasi mitten in New York in einer der pulsierendsten Städte überhaupt, die er halt durchs Fenster sehen kann und, ähm, er hat auch, ähm, hier so ein Fernrohr, so ein, wo er rausgucken kann und so, also, aber greift halt hier mitten in New York, ist er quasi wie auf einer einsamen Insel, also er kommt nicht raus dort und es schwebt natürlich auch immer die Gefahr mit, dass da jemand vielleicht kommt und ihn entdeckt, aber irgendwann hat er dann auch keine, keine Angst mehr davor, da will er halt einfach, ja, nur noch gerettet werden und raus, ne, weil die Nahrungsmittel wären knapp, er versucht dann schon andere Sachen zu, zu nutzen, die in der Wohnung sich bieten, also da steht zum Beispiel noch so Hunde vor. Ja, aber nochmal ganz kurz die Frage, wie lang ist der da drin? Naja, ich, ich will es nicht spoilern so ein bisschen, weil man weiß es halt am Anfang nicht, ähm, es zieht sich aber, äh, er ist sehr, er ist sehr lange da drin, sag ich mal so. Also, also viel länger, als er wahrscheinlich selber auch gedacht hätte und auch, äh, er hat von dem Fernseher aus die Möglichkeit, ähm, die auf die Überwachungskameras im Haus, da gibt es fast wie bei Sliver so ähnlich, ähm, man sieht dann halt so in die Treppengänge und so weiter, kann auch ein bisschen gucken, was im Haus so los ist, aber es ist halt trotzdem für ihn unerreichbar, als wäre das auf einem anderen Planeten. Das heißt, selbst die Putzfrau, die manchmal vor seiner Tür, ähm, Staubsauger, äh, unterwegs ist, ja, selbst die hört ihn nicht, weil er kann da rumhämmern an der Tür, was er will. Es ist halt, die ist halt zu und schalldicht und, ja, und dann versucht er halt auch, ähm, diverse Sachen, um da rauszukommen, sich Sachen zu bauen aus diesen Kunstwerken, die da sind, also, ja, das sind dann halt auch, ich glaube, die, die ganzen, die, die Möbel und alles ist auch ganz teures Zeug, ja, da siehst du so Designermöbel und so, wo eigentlich so ein Stuhl wahrscheinlich irgendwie ein paar Tausend Dollar kostet, ja, die zerlegt er dann halt, um an diese Bänder ranzukommen, die da drin sind, ähm, da ist quasi wie so ein Lattenrost, der wird so mit Bändern zusammengehalten, damit er irgendwie ein Band hat, eine Schnur hat, um da sich irgendwas anzubinden irgendwo oder hochzuziehen und versucht dann halt so verschiedene Möglichkeiten da, was weiß ich, durch irgendwelche Deckenlichter, versucht natürlich auch alle Schränke mal aufzumachen und, aber er schafft's halt nicht und, äh, versucht natürlich auch, die Fenster zu zerbrechen, ja, das geht gleich gar nicht, das versucht er mehrmals und, ja, so hängt er halt, ist er da drinnen gefangen und ist halt wirklich ein Survival-Drama, was sich dann abspielt und sein Kollege, den er über Funk erst hatte, der sagt dann irgendwann, wo er nicht rauskommt, sagt, ja, ich bin dann auch mal weg, also, ich, meine, meine, ja, meine Tätigkeit ist hiermit beendet, ja, das war gleich am Anfang, ja, wo dann der, der Glitch irgendwie, dieser Absturz von diesem Sicherheitssystem ihn dann da einsperrt, dann sagt der andere auch, okay, ich, ich hab jetzt meins erfüllt, ja, ich bin jetzt hier raus, ne, ich will jetzt hier nicht irgendwie mit reingezogen werden in irgendwas, ne, ja, das Ganze, äh, ist natürlich, äh, ja, das wird natürlich von William Dafoe, äh, absolut getragen, der, der Film, weil es ist ja eigentlich eine, eine One-Man-Show, dieser ganze Film, hat sehr viele Anleihen an, zum Beispiel 127 Hours, den wir auch mal in der Sneak hatten, wo der sich seinen Arm da einklemmt in diesen Felsbrocken und so und dann gefangen ist, ähm, hier allerdings nicht ganz so drastisch, obwohl der natürlich sich auch diverse Male verletzt bei irgendwelchen Aktionen und, ja, aber hier halt William Dafoe, der, also es könnte, denke ich mal, vielleicht sogar, warte mal, wann ist der gedreht, äh, steht hier nicht, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn der während Corona gedreht ist, sag ich mal, weil das ist wirklich, du hast nur eine Person gebraucht und halt natürlich das Team, was ihn filmt, ne, ähm, das hätte gut funktioniert, das während Corona zu drehen, ja, ist, ja, man muss nachher genau ein, was vielleicht noch mit erwähnt, dadurch, dass diese ganze Wohnung vollgestopft ist mit irgendwelchen Kunstwerken und, ähm, so Kunstwerke haben ja auch immer so ein, ja, so einen Effekt auf den, auf den Betrachter, auf den, der, ja, der es vielleicht irgendwas anfasst, irgendeine Form oder sowas, ne, und so geht's ihm halt dann auch irgendwann, wenn er da drin gefangen ist, die ganze Zeit hinter irgendwelchen, sieht er irgendwelche kruden Gemälde oder sowas, ne, dass er dann auch langsam auch so ein bisschen am Rad dreht da drin, er ist natürlich auch wie in Isolationshaft, oder nicht nur wie, der ist in Isolationshaft da drin, ne, und, ach so, ja, weil hier gerade der Trailer läuft gerade auf die IMDb-Seite ohne Ton hier bei mir, ähm, was auch während des, äh, Glitches bei der, ähm, bei dem Sicherheitssystem passiert ist, dass die automatische Steuerung der Klimaanlage, ähm, hat dann, ja, ein Heck wegbekommen, und zwar dreht die dann am Anfang, wird sie immer und immer wärmer, sodass er dann wirklich, äh, da drin ist schon bei, weiß nicht, über 40 Grad und so, also ist er da drin gefangen und ihm geht dann halt auch das Wasser raus und alles, ne. Also, es ist wirklich ein Survival-Drama gemischt so mit, ähm, ein bisschen MacGyver-isch, ja, wie, wie befreie ich mich jetzt hier, was baue ich mir, ähm, was, wie, ja, wie kann ich hier rauskommen, ja, will nicht zu viel verraten, ähm, vielleicht hat's noch irgendjemand in der Sneak, ähm, der Film startet am 16. März in den deutschen Kinos, das heißt, die Chance, dass der irgendwo noch in der Sneak läuft, ist durchaus gegeben, ähm, und ich fand den, ich fand den doch sehr spannend irgendwie, weil ich mag ja auch so Survival und auch so bei den Games und so, das kennst du mich ja, ich mag ja gern so Survival-Spiele, so ein bisschen, ja, was muss ich jetzt finden, was, äh, wie kann ich was machen, was, was brauche ich, um zu überleben, ja, Wasser, Nahrung und so weiter und, ähm, die Elemente waren halt ja alle drin und das war auch für mich irgendwie alles sehr schlüssig, ähm, dann dieses Ganze, dass er am Rad dreht, das kennt man ja schon hier, wo er dann zum Green Goblin wird und so, ähm, und, ja, wenn er dann, äh, was weiß ich, wenn die Klimaanlage da auf paarundvierzig Grad ist und er kriecht dann so in den Kühlschrank rein und die Kamera ist im Kühlschrank drin und filmt die dann so und so, das ist schon, ähm, also schauspielerisch absolut top, ne, aber das ist schon teilweise sehr abgedreht dann diese, wie, 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 ja, was für ein Psychodrama das dann auch teilweise wird hier, hätte ich nicht gedacht, dass es so in diese Richtung geht. Interessanter Film, auf jeden Fall für die Sneak, wahrscheinlich nicht für jeden der Filme, ähm, vielleicht dann eher fürs Heimkino. Hast du schon einen Blick irgendwie, was die anderen so gegeben haben in unserer Gruppe? Ähm, nee, tatsächlich noch keinen. Warte mal, ich gucke mal, ich gebe erstmal, glaube ich, sieben Punkte, ja, ich gebe sieben Punkte und, oh, ich sehe gerade, einer hat neun, ein paar Leute haben acht, ich habe sieben, ja, auch noch ein paar andere, fünf haben, fünf ist die niedrigste Wertung, haben mit die meisten gegeben, ja, fünf, sieben, acht, neun, ja, also schon im vorderen Bereich eher so als Kammerspiel einzuordnen, aber, ja, diese, diese Architektur der, der ganzen, der ganzen Wohnungen, diese Kunst und so, das hat halt auch fast eine eigene, eine eigene Rolle in dem Film. Und, ähm, der Effekt auf die Leute, krass. Naja, mal schauen, was dann, wenn du morgen die Sneak moderierst und du fragst ja dann immer, oh, wie fandet ihr das? Mal gucken, was dann so die anderen sagen. Uh, ich glaube, es sind tatsächlich zwei, drei Leute gegangen, aber die haben vielleicht irgendwas ganz anderes erwartet. Was war denn da eigentlich der Tipp? Warte mal, wir scrollen hier. Der Tipp für die nächste Woche? Nee, nee, für, für das hier, nacktes Überleben, ja, okay, das passt ja total, aber ich, ich kannte den, ich hatte von dem Film vorher noch nie was gehört, Inside, mit William Defoe, obwohl der bald anläuft. Ja, komisch. Tja. Jo, ja, wie ist denn der Tipp für morgen? Erzähl mal. Tipp für Sneak 1054 lautet, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, da sind zwei Tipps bisher eingegangen. Einer ist von mir, das ist eher so ein Wunsch-Tipp. Ich wünsche mir The Fablemans, den neuen Steven Spielberg-Film, der auch Oscar-nominiert ist und der auch schon einige Preise abgeräumt hat. Den würde ich echt sehr gerne sehen, wo es halt um den, quasi eine autobiografische Geschichte mehr oder weniger, wo Steven Spielberg so ein bisschen seine verklärte Kindheit, Kindheitserinnerung verarbeitet. Und ihr dann als Sohn der Familie, ja, da ins Kunst-Business, nee, Kunst-Business, doch, nee, Film-Business einsteigt. Film-Business? Ja, als Künstler sozusagen. Und der Martin hat noch getippt. Manta Manta, zweiter Teil. Wäre bestimmt cool in der Sneak. Da würde ich mich, glaube ich, wegwerfen. Wenn der käme. Das wäre, glaube ich, absoluter Brüller. Guck mal, es startet am 30. März in den deutschen Kinos und jetzt mal kurz noch woanders was gucken. 30. März, was hat denn der für einen Verleiher? Von wem kommt denn der? Konstantin. Hat man jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel in letzter Zeit, aber wer weiß. Ausschließen möchte ich nichts. Wer weiß. Was läuft noch so? Hm, nee. Na gut, ich habe ja schon was getippt. Ich tippe ja immer noch rein was. Gut, dann war es das auch schon aus dem Bereich Kino, das andere ist ja Heimkino. Und, na, nicht ganz. Wir gucken mal noch in die Charts rein und so und was Neues anläuft. Kino Charts und Neustarts. Hier nehmen wir jetzt mal die Kino Charts quasi von Box Office Mojo diesmal, weil uns Inside Kino im Stich gelassen hat. Was ist da los? Haben uns gerade darauf eingeschossen, waren froh, dass wir da was Neues haben. Jetzt haben die auch nur die Charts bis letzte Woche. Fehlen uns das aktuelle Wochenende. Naja, also hier bei, das ist zwar auch Februar bis zum 26. Aber gut, das ist wenigstens eine ordentliche Erhebung hier mit Einspielergebnissen und allem. In Deutschland. Auf Platz 5. Mummies, also Mumien. Auf Platz 4. Magic Mike's Last Dance. Platz 3. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Platz 2. Avatar The Way of Water. Aha, hat ein bisschen verloren, aber ja, trotzdem schon viel eingespielt sehe ich hier. Ähm, und Platz 1. Immer noch Ant-Man and the Wasp. Quantumania. Und wahrscheinlich, also das ist ja jetzt wieder bis zum 26. Wahrscheinlich hat das letzte Wochenende bestimmt, denke ich mal, durch die hohe Fanbase oder durch die große Fanbase Sommer und Beton gewonnen. Sonne und Beton. Denke ich mir auch mal. Wie sieht es in den USA aus? Latest Weekend. Latest Weekend hat das Ant-Man gewonnen. Und Platz 2 ist Cocaine Bear. Ja, da hatte ich glaube ich mal den Trailer geschaut, der war echt cool. Kennst du Cocaine Bear? Ja, 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 ja. Den Trailer habe ich glaube ich dir sogar geschickt. Das kann sein, ja. Das kann sein. Was startet denn jetzt Neues in den Kinos hier? Ich bin hier irgendwie auf der falschen Seite, in die Vorschau. Doch, 9.3. Ja, Titanic kommt nochmal ins Kino. Ab dem 9.3., wer es noch nicht kennt, im 4K-Remaster in 3D. Kostet bestimmt ein Ticket 25 Euro. Keine Ahnung. Es startet noch 65. Science-Fiction-Film mit Adam Driver, der als Astronaut auf einem geheimnisvollen Planeten abstürzt und bald feststellen muss, dass er nicht allein ist. Und den fand ich eigentlich relativ interessant, muss ich sagen. Ich überlege gerade, startet der wirklich? Ah ja, doch, das, ja, doch, 65. Ich hatte nämlich, da gab es doch irgendeinen Adam Driver-Film, der dann auf Netflix, der nur mal kurz ins Kino kommt, aber gut, es war ein anderer. Es startet auch noch, ja, den will ich sehen, da muss ich sehen, ob ich das, vielleicht gehe ich da sogar ins Kino. Die Fablemans, hatte ich ja schon erzählt. Steven Spielberg, der neue Film. Genau. Dann startet auch noch Scream 6, die sechste Auskopplung der Horror-Reihe um den Ghostface-Killer. Schließt das da jetzt an diesen vorherigen, an den Scream an? Oder an den, ja. Nee, das schließt an den vorherigen an. Ja. Die Eiche, mein Zuhause, ach nee, ist ein Dokumentarfilm. Gletschergrab, hey, Gletschergrab startet noch. Gletschergrab. Den hat man ja geschaut, du hattest nennen das nie gesehen und wir hatten als Screener geschaut, die Buchverfilmung des Island-Thrillers Operation Napoleon, in dem ein militärisches Einsatzteam in einem Schmelzen-Kletscher eine gefährliche Entdeckung macht. Das stimmt ja überhaupt nicht, was hier steht. Das sind ein paar Kids, die da irgendwie mit ihren Scootern da rumfahren. Die entdecken das. Die sind das auch nicht. Ja, die entdecken das und ja. Ja, aber das entdecken sie auch nur, weil der Gletscher schon ein bisschen geschmolzen ist. Dann sind sie alle hinterher. Dann starte noch der Fuchs. Das ist das, was ich ganz oft zu meinen Schülern gerne sage. Du bist wie ein Fuchs. Du siehst nicht so aus, aber riechst so. Österreichisches Kriegstrama über den jungen Franz, der mit einem Fuchswelpen an der Seite als Motorradkurier eine gefährliche Reise an die Front antritt. So, ich dachte, du sagst dann, because no Fuchs given. Ah, zero Fuchs given. Ja, zero Fuchs given. Saint-Omer, radikal, intelligent und klug erzähltes Drama. Also viel Eigenlobe über diesen Film. Hier können wir vielleicht selber das rausfinden. Um eine Frau, die ihr Baby sterben ließ. Oh, in Venedig zweifach ausgezeichnetes Spielfilmdebüt der Dokumentarfilmerin Alice Diop. Okay, dann habe ich hier. Kourtney nimmt eine Auszeit von ihrem Job als erfolgreiche Chefköchin in New York. Sie will das Restaurant ihrer Familie in Idaho retten. Dort sieht sie ihre alte Liebe Jake wieder. Um für ihr Restaurant zu werben, nimmt Kourtney mit Jakes Hilfe am Kochwettbewerb Best in Idaho teil. Der Film heißt Süße Rezepte der Liebe. Startet das am 9. März? Nee, ne? Ich glaube nicht. Naja, ich glaube, jetzt wird es wieder blurry hier. Die Restlicht bei Kino.de. Was ist denn hier noch? Lady Bitch steht hier noch drin bei Filmstarts. Lady Bitch Rock Chicks. Lady Bitch, was ist das? Ah, noch renommiert ein Theaterregisseur. Eine Rolle ergattert. Während des Stücks für die jungen Schauspieler eine große Chance bedeutet, geht das Projekt jedoch mit einigen Hürden einher. Denn der Regisseur überschreitet ständig Elas Grenzen, bis er sie sogar sexuell belästigt. Ui, ui, ui. Naja, ich glaube, die restlichen laufen dann nicht mehr bei uns an. Na gut. Gut, ich weiß nicht, ob da jetzt so ein riesen, doch, The Fablemans auf jeden Fall und 65 und Scream. Du hast gerade gesagt, ja, nein, will ich auf jeden Fall im Kino sehen. Ja, ich überlege, nee, ich denke mal, ob dann irgendjemand die nächste Woche dann die Kinocharts davon anführen wird, ob ich mir da, ob ich da eine Prognose wagen würde. Aber, weiß ich nicht, obwohl Ant-Man, hm, könnte sein, dass der jetzt langsam, dass alle diesen sehen wollten, gesehen haben und dass der jetzt langsam ein bisschen abflacht. Gut, dann war es das schon mit den Charts und den Neustarts. Und wir gehen nochmal rüber ins Heimkino, wo ich was geschaut habe. Heimkino. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Also ich konnte mich an den Trailer erinnern und den fand ich irgendwie ganz, ganz nett und lustig und habe gedacht, ja, wenn der Mann das nie kommt, wäre nicht schlecht. Also der Film beginnt damit, dass Christoph Maria Herbst wird vorgestellt als NASA-Mitarbeiter, nee, nicht ganz, Entschuldigung, ich muss gar anders anfangen. Es gibt ja diese Voyager-Sonde, die da durchs Weltall fliegt, wo da diese goldene Schallplatte drauf ist, wo sie die wichtigsten Informationen der Menschheit drauf sind, damit, wenn das irgendwie intelligentes Leben, von intelligentem Leben entdeckt wird, damit die halt wissen, mit was sie da zu tun haben und wo sie hinreisen müssen. Na jedenfalls wird dann quasi das gefunden, diese goldene Scheibe und dann sehen wir auch, wie die von Aliens abgespielt wird. Und wir sehen in diesem Video, was die da abspielen, sehen wir Christoph Maria Herbst als NASA-Wissenschaftler, der sagt, ja, hier, jetzt kommt ein kleiner Film, zeigen wir euch mal, wer wir so sind und was wir so machen. Und ja, dann beginnt halt der Film, die ganze Menschheitsgeschichte leicht gekürzt, wie der Film, oder wie das halt schon sagt, nämlich, es beginnt halt dann irgendwann in der Steinzeit und werden halt so Episoden aus der Menschheitsgeschichte dann nochmal reenacted. Das hat so ein bisschen so einen Touch von Bulli-Parade. Es sind aber nicht die gleichen Leute dabei, obwohl natürlich einige hier auch dabei sind, keine Frage. Also ich überlege gerade, war Rick Ewenien jetzt dabei oder bringe ich es durcheinander? Es sind auf jeden Fall viele bekannte Leute dabei und die, also deutsche Comedians, die man so kennt. Und da wird dann halt wirklich alles so nachgestellt von irgendwie Jesus-Kreuzigung über irgendwelche Erfindungen oder irgendwas, was da gemacht wurde oder keine Ahnung, selbst irgendwelche Geschichten hier, Attentat auf Hitler und sonst was. Und das halt alles, also es hat sich, ja, weniger wie ein Film angefühlt, obwohl der natürlich diese Klammer hatte mit dieser, ja, mit dieser goldenen Scheibe da, wo der Film drauf ist. Es hat sich mehr angefühlt wie so eine, wie so eine Reihe von Sketchen, die man da halt zusammengefügt hat. Und das ist halt so dieses Konstrukt, was man da entwickelt hat. Ähm, was ja eigentlich ganz cool hätte werden können, weiß ich nicht, äh, da sind bei mir eigentlich sehr viele Lacher ziemlich verreckt. Also ich hab da, ich glaub, wenn nicht überhaupt, dann hab ich nur einmal gelacht. Und das war mir ein bisschen zu wenig für diesen ganzen Film. Vielleicht mal ein bisschen geschmunzelt oder so. Also, ja, es hat mir irgendwo überall noch so ein bisschen was gefehlt, wo ich gedacht hätte, ja, das wäre jetzt so lustig gewesen. Aber, hm, also ich lese mal kurz vor. Ähm, Max Giermann ist zum Beispiel dabei. Der hat natürlich auch wieder so eine Rolle so ähnlich angelegt wie Klaus Kinski, eine Paraderolle, ne. Heino Färch dabei, Bela B. ist dabei von Ärzten, hat eine ziemlich coole Rolle. Hannes Jänige dabei, Ricke Venian ist doch dabei gewesen, ne. Ja, Karolin, Karolin Kebekus, Matthias Matschke, eigentlich in fast jeder Szene ist der mit dabei. Und so weiter und so fort. Christoph Maria Habs hat ich schon erwähnt, ja. Hm, ich weiß nicht, es, ähm, es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Fernsehformat, ne. Deswegen Bullyparade oder irgendwie so Sketch-History gab's ja auch mal im Fernsehen. Aber, ja, es war nicht so richtig lustig irgendwie so für mich. Ich weiß nicht, aber der war ja im Kino ein ziemlicher Erfolg. Deswegen, aber Humor ist ja eh so ein ganz individuelles Ding. Entweder es erwischt einen gerade, ich glaube, wenn man da im Kino sitzt und der ganze Saal lacht, dann lässt man sich da gerne mitreisen. Ähm, hier im Heimkino, wo ich den mal alleine mir geklickt hatte, hier, ich weiß nicht, für mich war das irgendwie nicht so der Riesenwurf. Ich hab auch schon, ich hab jetzt Mühe gehabt, zusammenzubringen, was das alles für Szenen war, ne. Mir sind es gerade so drei eingefallen, ne, aber, hm, ich weiß nicht. Ja, der Film, ach ja, da war noch, ach genau, mit der französischen Revolution war noch hier, mit dem, der da das Fallbeil erfunden hat oder sowas. Und da machen sie so eine Art Musical-Szene noch drin und so, naja. Ist ja schon ganz nett, aber nicht der Riesenwurf. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, weiß nicht, vielleicht willst du ja mal reingucken, den gibt's ja jetzt mittlerweile in diversen Dingern. Ach, 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 ich seh grad, Erster Weltkrieg war noch eine Szene dabei im Schützengraben, wo ich, das Boot war eine Szene, das glitt dann so ein bisschen in so Pupshumor ab, ja, Titanic war noch, ja, genau, warum die Titanic wirklich? Ja, wird nicht besser. Die lustige Szene, die kommt jetzt grad hier in dem Trailer auf der IMDB, war mit dem Bau der chinesischen Mauer. Du hast doch Last One Laughing geguckt, ne? Ja. Und da gab's doch diesen einen Typ, der manchmal reingekommen ist, der so ganz berlinerisch so, ja, ich muss jetzt hier mal das auch, ich kann's nicht, ähm, ich muss jetzt hier mal das reparieren oder so, dieser Klempner oder was das war, weißt du, wen ich mein? Ja. Dieser eine Typ mit den langen Haaren, das ist ja auch so ein Bekannter. Und der war hier dabei und der hat mit seiner kleinen Firma den Auftrag gekriegt, da die chinesische Mauer zu bauen und so. Das war eine ganz nette Szene, also die, die Szenen mit ihm, die waren echt ganz lustig, ja. Aber sonst, ja, war viel an Haaren herbeigezogen, ein bisschen auf lustig getrimmt. Christian Tram ist auch dabei, jung. Ja, also, eine Stunde 36 ging der nur, der kam mir viel länger vor. Und das ist eigentlich schon ein schlechtes Zeichen bei so einer, bei so einem Comedy-Format, hm. Ja, dann lieber LOL, soll ja auch bald wieder starten. Ich hab gehört, Elton ist dabei. Oh. Hm. Mal gucken. Hat er selber mal erzielt. Ähm, was geb ich denn da punktemäßig? Ah, ich geb fünf Punkte. Komm, war okay, hat jetzt nicht so weh getan. Ich hab bloß die Hälfte mittlerweile vergessen. Richtig lustig war's nicht, ja. Okay, dann kommen wir mal zur, zur Serie, die irgendwie alles überschattet jetzt gerade wieder, weil's neu gestartet ist und ich wär gleich ein Spoiler-Tag dranning. Serien. Achtung, Spoiler-Warnung. Nein, es gäbe ja noch nicht ein Wort gesagt, du, schon mal Spoiler-Warnung. Ich hab ja gesagt, ich wär's gleich mal dranning. Mandalorian geht weiter. Herrlich. Ja, eine der besten Star-Wars-Serien und eine der besten Dinge, die Star-Wars in den letzten Jahren produziert hat. Also es ist teilweise, sag ich sogar, besser als die Filme. Und, äh, Pedro Pascal ist zurück, äh, als eben der Mandalorianer zusammen mit Grogu, der nicht mehr Baby Yoda heißt. Übrigens, wenn man, äh, bei Google Mandalorian eingibt, dann, äh, taucht rechts unten ein kleiner Grogu auf. Ich weiß nicht, ob das viele wissen. Stimmt, hab ich grad gemacht, jetzt sehe ich ihn. Und wenn man ihn anklickt, macht er was. Ja, da macht er auch noch was. Und dann holt er den Wikipedia-Artikel, schiebt er dann runter und so späßt. Das ist ja lustig. Ja, ja, der macht er ein bisschen Blödsinn. Das war ja der beste Tipp hier. Ja, und, ähm, es knüpft quasi an, an die Ereignisse nach The Book of Boba Fett. Weil bei The Book of Boba Fett kommt ja raus, dass Grogu sich gegen die Ausbildung zum Jedi entschieden hat und lieber mit, äh, Jim Jardin weiter umherzieht. Und das geht eben genau dort so weiter. Er hat immer noch das Schwarzschwert, ist also immer noch eigentlich der Anführer der Mandalorianer, aber dadurch, dass er seinen Helm abgenommen hat, ist er kein Mandalorianer mehr. Und das will er natürlich wieder werden, laut dem ganzen Kodex und was sich was. Und der Kodex besagt, wenn er sich in den Quellen äh, unterhalb Mandalors reinwäscht, dann wird ihm vergeben und er ist zurück quasi bei den Mandalorianern und er darf sich wieder einen Mandalorianer nennen. Und damit ist eigentlich das Setting für die neue Staffel schon zum großen Teil gegeben, weil das wird das, das Ziel sein. Nur, er muss natürlich da hinkommen und er muss natürlich das auch irgendwie vom, ja, von der, was, Mandalore wurde ja ziemlich komplett zerstört eigentlich. Ähm, das wird eine größere Aufgabe wohl werden und braucht da natürlich auch Unterstützung. Und ja, ähm, die holt man sich natürlich bei alten Bekannten, äh, ist ja klar. Also, man, man trifft, ähm, wieder auf, auf, äh, eigentlich Charaktere, die man aus, aus der kompletten, ja, von der ersten Staffel an schon mitgenommen hat. Ähm, stellt dann auch fest, wie sich alles weiterentwickelt hat. Ähm, und es werden einige Punkte, einige Fässer wirklich aufgemacht und es gibt sehr witzige und sehr, sehr, ähm, spannende Nebenstränge, die da kommen. Ähm, weil man hat ja auch Leute aus der Serie rausschreiben müssen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, nee. Wen hat man rausschreiben müssen? Ähm, Cara Dune, also, die Schauspielerin Gina Carano, Carano, Gina Carano, weil die hat sich ja komplette Neben benommen irgendwie. Ach so, doch, 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 ja. Das, jetzt wurde es gesagt. Die Schwurbeleien mehr oder weniger aufgefallen und, äh, ist deswegen rausgeschrieben worden. Aber hat man ganz angenehm gemacht mit, ja, die hat das und das, und ist abkommandiert worden. Tschüss, Adi, Gute Nacht. Ja, einfach in einem Satz komplett abgehandelt, was für mich voll fein war. Und dann nimmt man natürlich am ehesten einen Druiden. Das heißt, äh, der Mandalorianer ist auf der Suche nach einem Druiden. Er hat auch einen im Blick. Er ist auch eher ein alter Bekannter. Das wäre wahrscheinlich, das wäre jetzt das Spoiler-Talk schon wahrscheinlich. Ich hab doch schon einen Spoiler rein. Jaja, ich sag ja, das, was du gemeint hast, war bisher ja nichts wirklich, äh, ja. Ich denk mal, wer das vielleicht noch nicht geschaut hat von unseren geschätzten Hörern, die wollen vielleicht sowieso auf Nummer sicher gehen und lieber gar nichts wissen. Deswegen hab ich's gleich mal am Anfang gesetzt. Genau, ähm. Ach, man war wieder gleich drin. Man war gleich drin. Genau, komplett, also Musik top, Setting top, Humor einfach mega top. Also, ich darf nur kurz das Stichwort Babu Frick nennen. Dass du jetzt nicht grad völlig in Lachen ausbrichst, wundert mich ein wenig. Ja, völlig. Ich fand das, fand das sehr schön, alles sehr stimmig und hat Spaß gemacht. Das ist einfach großartig, einfach wirklich großartig, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Äh, ist es auch wie schon Staffel 2 einfach komplett stark. Ich hoffe es, dass es so auch bleibt. Ich kann's aber gut vorstellen, dass sie da mit dem Charme der ganzen Serie nicht viel geändert haben. Und die Gegner in diesem Fall sind ja nicht nur dann hier das alte Imperium oder Teile des alten Imperiums, sondern diesmal wird's auch ganz arg viel gegen Piraten gehen. Ja, mit denen haben sich das schon verdorben ein bisschen. War auch wieder so eine schöne Western-Shootout-Szene da mit den Bösewichten, die da rumstanden und so. Genau. Ah, herrlich. Aber man kann, du kannst eigentlich so an diversen Punkten, egal wann du Stopp drückst oder Pause, wenn du das schaust, du siehst eigentlich sofort, das ist aus The Mandalorian. Ja, du kannst eigentlich nicht, du kannst es schon von der Stimmung her, wie es gedreht ist und alles, das sieht schon alles sehr nach Mandalorianer aus. Irgendwie das, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so die Tönung und alles und die Art, wie es gedreht ist und die Einstellung und so. Das ist Wahnsinn. Richtig gut. Mein größtes Problem ist tatsächlich, dass es nur acht Episoden sein werden. Ich habe prinzipiell nicht so das Thema, das Problem mit Anzahl Episoden. Ich finde es gut, wenn sie sagen, okay, unsere Story braucht so und so viele Episoden und that's it und wir strecken das jetzt nicht unnötig lange. Das finde ich sogar noch besser, als wenn sie jetzt sagen, wir melken jetzt die Cash Cope. Ja, das ist schon richtig. Ich möchte noch ganz kurz auch noch was, was bestätigt ist schon, oder ist es dann sogar für dich zu arg Spoiler, wer noch einen Gastauftritt haben wird. Für mich nicht, man kann es ruhig sagen. Christopher Lloyd wird einen Gastauftritt haben. cool. Lass mich raten, der baut an einer Maschine, die einen Blitz fängt. Also wenn sie das hinkriegen, dann mache ich mich komplett weg. Bo-Katan haben wir gesehen, die wird auch wieder dabei sein und tatsächlich wird wohl auch Moff Gillian nochmal kommen. Also ich bin super gespannt, wie es weitergeht. das war ein toller Start auch, wie die ganze Folge oder das ganze Kapitel schon losgeht mit dem Riesenviech und alles. Oh ja, boah. Ey, das kam mir echt überraschend, da wie die alle diese Zeremonie da am See machen und dann einmal, vor allem, dass das keiner irgendwie geahnt hat, dass da irgend so was Böses, Großes da drin lebt oder so. Die scheinen ja jetzt nicht gerade seit gestern da an diesem Strand zu sein. Ja, das war schon cool. Genau. Ja. Was ich auch schon sagen kann, ist, die vierte Staffel ist bereits geschrieben, aber noch nicht bestätigt. Ja, mal abwarten. Ich würde, also ich würde das feiern, wenn sie vielleicht mal zwischendrin, zwischen einer Staffel und der nächsten Staffel vielleicht mal einen Film machen, den man richtig mal schön im Kino, so mal als Event, weil es im Kino sehen kann. Ja, weiß nicht. Aber man weiß ja auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt und von der Zeitzone oder von einem Zeitdingsen her auch. ich bin gespannt. Es gibt viele Themen zum Abarbeiten in dieser Staffel oder in diesen acht Episoden oder jetzt in den noch sieben ausstehenden und es ist einfach großartig. Definitiv. Absolut großartig. Also ich habe auch schon mit anderen Star Wars Fans gesprochen, die haben auch einfach gemeint, es ist so großartig, es ist so schön, es macht so Spaß, es ist einfach herrlich und deswegen gerne mehr davon in dieser Qualität aber. Definitiv. War auch schön, dass es mal eine der Serien ist, die ich mal oben auf dem großen Fernseher schauen kann, ohne dass ich Angst haben muss, wenn da jemand um die Ecke kommt hier. Ich muss bei The Last of Us muss ich schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn da kleine Kinder um die Ecke kommen oder so. Meistens fragt er dann schon von oben, guckst du was Gruseliges? Ja, ja. Ja, und das kann man laufen lassen, da hat er letztens sogar mal ein bisschen mitgeguckt und so, obwohl er ja eigentlich so Serien und Filme mit richtigen Menschen, wie er es nennt, nicht so mag. Er mag ja so animierte Sachen. Dann kann er in The Bad Batch reingucken, das habe ich ja auch gemacht noch. Ja. Und möchte an der Stelle nur ganz kurz zu Bad Batch sagen, ist cool, aber kommt halt nicht an Clone Wars und Dings dran. Also es ist cool, es hat auch seine Berechtigung, aber ist nicht der, das Ding, wo ich sage, boah, muss man schauen, wenn man ein Gesamtbild für das Gesamtuniversum haben möchte. Ein Glück, ein Glück, wenn man jetzt noch die ganzen Animierten alle schauen müsste, das ist ja mittlerweile echt viel Material da entstanden bei Star Wars. Hat eigentlich mal jemand zusammengerechnet, die Anzahl der Minuten von denen im Vergleich zu Star Trek oder so? Ich glaube, so langsam müsste doch Star Wars da ganz schön aufholen. Na, Star Trek gibt ja so viele Serien mit so vielen Staffeln. Ja, aber TOS, also die Original Original Serie, die hat ja gar nicht so viel. Ja, gut, aber Mandalorian ist ja jetzt auch nicht die Original Trilogie oder so. Ich meine, aber wenn du alles, das komplette Universum zusammennimmst, dann holt Star Wars zumindest mal richtig auf, würde ich sagen. Ich glaube nicht, ich glaube, da ist Star Trek immer noch ganz, ganz weit vorne. Auf jeden Fall. Apropos Star Trek. Hey, weißt du, was ich heute auf der Rückfahrt geguckt habe? Star Trek. Die Orville. Ach, die Orville. Ja. Sehr cool. Ich habe letzte Woche mit meinen Kollegen gesprochen und ich habe ja damals, die Orville, habe ich irgendwie die ersten paar Folgen damals für Fortsetzung gefolgt geschaut gehabt und habe dann irgendwie nicht weiter geguckt, weil da war es auch so, wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die ersten paar Folgen als Screener bekommen gehabt von der Firma, kurz bevor die dann gestartet sind und dann gab es das ja in Deutschland und so. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, die hat mir gesagt, ja, sie guckt jetzt die Orville, neue Staffel, freut sich und ich so, okay, wolltest du eigentlich auch mal weiter gucken, wo gibt es denn das? Und ja, sie hat gesagt, Disney Plus. Da habe ich, okay, cool. Da habe ich mir dann jetzt für die Rückfahrt die Orville mal drauf geladen und habe dann mal geschaut, soweit wie ich es schon kenne und ich habe mir alles einfach mal runtergeladen und habe dann quasi da weiter geguckt und ich muss sagen, bin echt begeistert. Also das findet ja noch einen richtigen Dreh und so, also es findet ja noch richtig Tiefe. Das ist nicht nur Quatsch, das hat richtig gute Tiefe und so. Ja. Bist du auf dem aktuellen Stand, oder? Ne, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich müsste auch mal wieder reingucken, aber fand ich damals schon ganz cool, dass es angefangen hat. Echt, also ich hätte es nicht gedacht, bin angenehm überrascht und ich bin wirklich nur in der ersten Staffel, weil da geht ja jede Folge irgendwie eine Stunde oder so. Oder dreiviertel Stunde, 50 Minuten oder so. Aber ich werde auf jeden Fall weitergucken, macht Spaß. Das ist richtig gut. Und weil wir vorhin bei Zurück in die Zukunft waren, ich habe heute früh auf Arte, habe ich die Dokumentation wieder erwischt, die ich auch euch mal aufgenommen hatte hier, diese über Zurück in die Zukunft. Und da ist mir auch wieder, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die die da drin erwähnen. Zum Beispiel Huey Lewis, der ja auch den Titelsong macht, der spielt sogar eine Rolle. Das war mir gar nicht mehr so. Ich hatte zwar die Dokumentation schon mal geschaut, aber da musste ich in dem Moment gerade irgendwie nicht zugeschaut haben, keine Ahnung. Wusstest du, dass der eine Rolle spielt? Habe ich mal gehört tatsächlich, ja. Der spielt den, die machen am Anfang ja so eine Art Casting mit seiner Band hier. Ja, genau. Und der spielt quasi den, der da sagt, nee, ihr seid zu laut, also lass mal sein. Dann war es genau das, ja, dann passt das genau das. Ah ja, stimmt, das sieht genauso aus. Da waren lauter so schöne Sachen drin, also wer Arte hat, vielleicht werde ich es mal mit verlinken, in der Mediathek gibt es das ja auch zum Schauen. Arte Mediathek Zurück in die Zukunft, in die Zukunft, mal gucken, ob es da noch drin ist. Ah ja, wie ein Film zeitlos wurde, da haben wir es doch. Ich werde es mal mit verlinken und alle, ja, Filmfans und Zurück in die Zukunft-Fans, die gucken das mal. Da lernt man echt viel Neues. Und wenn ich das schon sage, sehr schön, sehr schön, dann sind wir ja schon eigentlich so weit durch heute und können wir zu dem Musiktyp übergehen. Ich habe mal zwei überlegt, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, bis du dahin gehst. Ja, das ist lieb, danke. Ich habe tatsächlich zwei überlegt gehabt, ein bisschen hin und her. Ich war ja jetzt am, gestern quasi, in Leipzig auf einem Konzert von VNV Nation, was saugeil war wieder. Ich sehe sie ja nochmal, Ende des Monats, nochmal in Stuttgart, gehe ich nochmal hin, ins Witze, Mann, aber, ja, und die haben ja eine neue CD am Start und da der Song, huiuiui, der Hund freut sich auch schon, heißt Before the Rain und ich hatte nur überlegt, ob ich eventuell unseren ESC-Song nehme von Lord of the Lost, Blood and Clitter, aber den hebe ich mir dann für nächste Woche auf. Echt, wir haben einen ESC-Song inzwischen? Ja, das ging ein bisschen leider an mir vorbei. Das ist der, den ich mir gewünscht habe. Ich habe tatsächlich Lord of the Lost schon mal live gesehen und finde die sogar ganz geil und der Song hat echt Ohrwurmpotenzial. Also, der ist richtig gut. Der ist ausnahmsweise immer richtig gut. Da bin ich ja gespannt, hey. Was natürlich, ich habe es, die Verleihung, Verleihung, die, die, der Vote, den haben sie diesmal am Freitagabend, jetzt vorgestern, gemacht und zwar nicht 2015 wie sonst immer, sondern weil ja Let's Dance lief, damit sie wahrscheinlich nicht so eine harte Konkurrenz haben, haben sie es 22.20 Uhr gemacht oder so und wir sind ja am, am Samstag früh sind wir losgefahren, da konnte, da habe ich gedacht, nee, das guckst du nicht live und da kam dann früh im Radio, im Radiowecker, kam dann auf, was hatte ich im Radio, die neue 107, genau, die sich selber schimpfen, hier Rockradio oder sowas, die haben gebracht, ja, unser ESC-Song ist, ist Lord of the Lost und so ja und jetzt kommt von, ich weiß nicht mehr, was da kam, Aqua, Barbie Girl, keine Ahnung, also wirklich, einerseits schimpfen sie sich Rockradio hier, also das kennt wahrscheinlich eh nur jemand hier aus der Region, neue 107, die schimpfen sich Rockradio, ja, und dann haben sie schon mal einen geilen Rock ESC-Song und dann spielen sie irgendeinen anderen Kruz, da hätten sie gleich sagen können, übrigens, ja, wir haben einen neuen ESC-Song, Lord of the Lost, Blood and Glitter und hier kommt er auch gleich, zack und bam und rein. Soll ich dir noch eine Geschichte zu 107 erzählen? Erzähl mal eine Geschichte. Ich hatte ja da mal ein Vorstellungsgespräch, ich wäre da fast mal gelandet, tatsächlich, ja, wer hätte es gedacht, Was wäre dann aus dir geworden? Ja, kein Lehrer wahrscheinlich und damals war so, ja, bei dem Gespräch kam dann auch so, ja, ob, wenn ich, wenn ich was verbessern könnte bei der 107, was das wäre. Oh, hast du gesagt, wo soll ich anfangen? Ja, das ist fast so in etwa, ich habe, ich meine, als allererstes würde ich mal Paradise City von Guns N' Roses in der normalen Geschwindigkeit abspielen lassen und nicht in dieser Mega-Geschwindigkeit, weil die haben ja den Song, der, was weiß ich, viereinhalb, fünf, sechs Minuten dauert, ähm, lassen die so schnell laufen, dass du in zwei Minuten Runden hast. Die kürzen auch manchmal, also die schneiden Sachen raus, bei Cranberries, ähm, da fehlen ganze, ähm, Gitarren-Soli. Ja, ja, das machen die tatsächlich, dass der Song nicht zu lang ist, dass sie mehr reinkriegen und sagen können, sie haben abgespielt. Und da waren natürlich schon so ein bisschen betröppelte Gesichter mit, ja, das ist schon richtig. Das war sehr spannend damals, aber das ist, auf Gottes Willen, zehn Jahre her, wenn nicht noch mehr. Äh, ich habe inzwischen einen Song rausgekruschelt, einen, den ich eigentlich immer hören kann, du lachst schon. Ja, nee, weil ich dir extra ein bisschen Zeit verschafft habe. Und ich muss jetzt erstmal noch gucken, aber, äh, auch nicht wirklich bei uns schon auf der Liste drauf ist. Ich glaube aber nicht. Was, den haben wir nicht drauf? Ist ja ein Schande. Gut, dass du drauf packst. nicht? Ja, es wird nämlich Zeit, dass der auch mit drauf ist. ich finde ihn zumindest, unter A ist er nicht dabei, äh, von Blink 182, All the Small Things. So, ich versuche mal hier drauf zu packen, live, dann wissen wir es gleich. Nee, war noch nicht drauf. Ha! Ja, sehr gut. Small Things. Wo kam er im Kino, ne? Bei, äh, Charlie's Angels, beim ersten, bei dem noch guten Film, der zweite Teil war scheiße. Krasses Insight Wissen mit Erik. For the Rain, ja, den mag ich sehr, den ersten Triangle für Charlie Film mit Drew Barrymore und so. Der ist echt schön. Und mit, ähm, dem Typen, da schließt sich der Kreis, aus Zurück in die Zukunft, der, den Vater spielt, den, den jungen Vater, ähm, in der Vergangenheit halt. Der spielt da dieses, wie nennen sie es bei Charlie's Angels, irgendwie das Klapper gestellt oder so ähnlich. Der hat sich da den, den Böse wischt. Und Sam Rockwell, spielt da diesen, ach, lauter gute Darsteller dabei. Das könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Ja. Das habe ich gerade Lust bekommen. Okay, also, dann gibt es bei mir, von mir dann nächste Woche vielleicht Lord of the Lost mit Blood and Clitter. Und du hörst da mal rein. Der ist nämlich echt, Ich höre da mal rein, ja. Der geht richtig gut nach vorne los. Und, ähm, freue ich mich, dass der mal, also, gegen, die Gegenkandidaten waren ja zum Beispiel Icke Hüftgold. Ja. Oder, was hatten wir noch im Angebot? Ähm, ja, also, nur so ein Schnulzenzeug teilweise und so. Also, das finde ich schon mal gut. Damit sind wir ja letztes Mal ziemlich untergegangen. Ja, ist da dann irgendwann im Mai, glaube ich, irgendwie Liverpool, 12. Mai, 13. Mai, so die Dreh. Ja, gucke ich natürlich auch wieder. Okay, dann schöne Grüße als erstes Mal an die Kate hier, die heute nicht dabei war. Mal sehen, ob sie es hört. Wahrscheinlich. An dich, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. An alle, alle, die das jetzt hören. Alle, alle, alle auf der ganzen Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und teilt das, teilt den Podcast, lasst ein bisschen Liebe da überall, ein paar Sternchen, ein paar Herzchen überall, Daumen nach oben, wo es so geht. Und wenn ihr was habt, ran an die Tasten kinocast.net, egal auf welcher Plattform ihr das jetzt hört. Man kann natürlich auch auf diversen Plattformen kommentieren und so, aber die Frage ist, ob ich das dann mitbekomme, wenn ihr was, wie sich auf irgendeiner XYZ-Podcast-Plattform irgendwo einen Kommentar schreibt, da kriege ich ja keine Notification, sondern am besten kinocast.net und dort einen Kommentar unter die jeweilige Episode schreiben. Da kommt es am besten an. Oder direkt über Instagram oder Twitter. Okay. Dann schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Ich weiß, was uns auf jeden Fall erwartet, nämlich ein Bilderrätsel, glaube ich. Ich hoffe, ja. In der Sneak Preview in Stuttgart. Und dann gucken wir mal. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Der Kinocast. Der Kinocast. Der Kinocast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017